so und weiter und immer noch kein Gehör, kein, 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 kein zähnbares etwas gefunden naja, kürdig oder sehen wir die große Stadt Ishtar da waren wir übrigens noch nie drin, aber wir werden uns auch nicht genauer umschauen weil wir werden einfach die Ishtar plätten und fertig also ich habe keine große Lust mehr noch irgendwas jetzt groß hier anzufangen in Gothic 3 weil wir halt echt fast am Ende sind und es wäre jetzt unnötig noch mehr zu machen und deswegen freue ich mich eher auf Gothic 3 Götterdämmerung und schließe das Projekt dann hier mit Freuden ab deswegen mag ich auch jetzt nicht viel mehr Schakal, ne, das ist mir zu billig ein Schakal zähl mich nicht ne, 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 so einfach macht ihr es mir hier nicht äh, so einfach geht es hier nicht Söldnerrüstung, yeah nur einer von den alten Söldnerrüstungen hier wo ist denn Ishtar jetzt hier, ich sehe nur die Mauer alles nur normale Schakale was ist denn wie ein Scheiß hier und wo zum Teufel ist der Eingang von Ishtar jetzt zeigt mich, dass der da oben, oh nein oh nein oh Gottchen hör doch mal auf in dem Scheiß so, ich kann mal die Paladienrüstung anbelassen fällt mir gerade ein ok warum muss ich denn jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt ist hier der Eingang, ne hä jetzt hier außen oh Gott ich kenne die Stadt noch nicht mal und bin schon angepisst von der Stadt oh da ist der Eingang hab ich recht? ja, ich hab bestimmt recht jetzt kann ich nicht mehr rennen, wie geil so, hier geht's hoch ah bitte da ist doch der Engel aufpassen, ob hier irgendjemand ist weil vorher will ich speichern ja, ok wir speichern das Spiel hier ab und ja ok einmal tief durchatmen trinken was, wollte ich eigentlich sagen so trinken auch hier von was essen auch was beschwören uns einen Dämon und ziehen durch, meine lieben Leute los geht's du willst es nicht an ah 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 da dürften die mir eigentlich feindlich gegenüberstehen geht doch so ist richtig ja auch verdammt so wie gesagt, wir werden die Stadt jetzt auseinandernehmen ja ja wir hast es bald mal ja 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 komm mein Dämon ja 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 das nicht so stark wie die in der Burg nicht so stark wie die in der Burg so verdammt komm stipp ja ja das ja 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 das leckt ja noch nichtmals ja ja das ist noch sein Mist wie ja ja gut dann äh knapp ja noch vor ja 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 Festival der Sterbekünstler ja 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 das ist ja wieder der Typ bin mit dem Feuer es geht mir der stirbt er kommt mein dämon angreifst muss ich auch leider dich töten dämonisch für das Leben hast du noch oh gut noch dabei gut los geht damit du was das und verkraft was hat den Tustartan könnte ich aber trinken hätten wir so nebenbei auf jetzt noch kein kurzes 6 oder dro Oro eben mit ihm mit ihm mit ihm mit dem Böser Böser Bube er will mich töten oder doch versuchen auch versucht er nicht nur wird es auch richtig tun jetzt hörst du mal auf das sind böse dass die Wüsten von Schwarzmann geben zu können da 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 und Schwarzmann endlich selbst getötet wenn der Mann ist tot und der Mann ist zu und schlägt gar und tschüss da da kommt verpiste ich bin sowieso giftresisten das ist die größte Stärke der Assassinen so da jetzt mit dem und Todes kann ich auch einfach Wartet mal da ist der Boss das heißt den Boss Jahr der dieser noch weil es so gut warum hat der zweite Kreuzschwerter also es geht mit dem und zu aber es geht mit dem St nicht darunter wo er es wird schnell geht mit dem da 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 so zudem ist tot genau so wie bei Europa wird man eben aufgeben das Großschmerzen das und überhaupt er verpiste ich mir bitte denn ich brauche den Stab genau bei zwischen mir die Arrest die Stadt befreien glaube ich Freista wo die Billig das war es schon ich habe komplett ich habe schon befreit wie erbärmlich na gut was hat der denn oh der hat eine Teleportruhne cool ja ich glaube ich werde ja ich brauche nicht mehr aufheben Leute ich brauche nicht mehr aufheben auch wenn es ein bisschen doof klingt ich brauche echt nicht mehr aufheben ich bin total fertig denn ja ich werde jetzt hier so ich werde die Episode jetzt hier beenden und beim nächsten Mal ja obwohl wir machen das direkt hier